Moin Moin, ich bin der Vince, das hier ist Captain McPhail und wir haben heute viel zu tun. Wir haben nämlich den zweiten Teil vom Fitting zu erledigen und anders als ich mir ursprünglich vorgenommen hatte, dass wir gemeinsam ein Schiff bauen, werde ich euch heute zeigen, also wir werden erstmal erklären, was die verschiedenen Tanking Arten sind. Wir werden klären, wie Tracking funktioniert, wie Raketen funktionieren, wie Drohnen funktionieren, also die Waffensysteme einmal abdecken. Wir müssen uns mal damit auseinandersetzen, wo ihr als Anfänger ein Fitting überhaupt herbekommt. Das halte ich nämlich als viel sinnvoller, als wenn ihr jetzt rumprobiert und dann vielleicht sehr oft auf die Schnauze fallt. Da ist es vielleicht besser, sich ein Fitting zu stehlen sozusagen und dann von da aus vielleicht eigene Experimente zu starten oder halt, wenn man das nötige Budget hat, einfach aus dem anderen wissen, was ihr aus dem Video mitnehmt. Und anstatt, dass ich euch jetzt ein Fitting vorbete, ihr das nachbaut, das kommt am Ende auch das gleiche raus, ob ich das jetzt von der Internetseite hole oder ihr, das ist egal. Also wir haben viel vor, ich habe sogar ausnahmsweise mal wieder einen Notizzettel vorbereitet, da stehen genau fünf Worte drauf, nämlich die, die ich gerade vorgelesen habe. Tanking, Tracking, Raketen, Drohnen und die Internetseite. Also lass uns loslegen. Was ist Tanking? Ich habe dazu schon mal was vorbereitet und zwar gibt es sozusagen Subkategorien. Moment, wir können mal hier, ich habe nämlich noch viel mehr vorbereitet und zwar zum ersten Mal probieren wir das mal aus, dass ihr sozusagen Zugriff auf andere Elemente von meinem Rechner bekommt. Soweit ich das mitbekommen habe, wir können sogar mal hier ins OBS reingucken. Oh, so sieht das aus bei mir. Soweit ich das mitbekommen habe, dauert das allerdings immer ein paar Sekunden, wenn ich aus der Vollbildanwendung rausswitche, sodass ich das hoffentlich nicht vergesse. Aber das kriegen wir hin. Also passt auf, Pan.net, wir haben, ich versuche das mal so, ihr könnt gerne Rückmeldungen geben, ich würde mich mal freuen, ob euch das gefällt oder nicht. Wir haben Armored Tanking und wir haben Shield Tanking. Zur Verfügung. Na, das sind so die beiden großen Tankarten. Und darunter jeweils die ganze Geschichte in Passiv und in Aktiv. Und das gleiche gilt auch für hier. Wobei der Unterschied darin besteht, dass beim Shield Tank auch der passive Tank sich selber auflädt. Wir gehen mal wieder zurück ins Spiel. Und zwar, ja schade, dass ich das jetzt zumachen muss. Müssen wir gleich dann wieder aufrufen, ist aber nicht so wild. Ich docke mal kurz ab, dann zeige ich euch das. Na komm schon. Wir sind hier im Highseq, also viel kann nicht passieren. Wir haben alle Ruhe der Welt, um das Tutorial hier in Ruhe durchzustehen. Ihr habt ja in eurem Schiff bei EVE standardmäßig drei so Ringe hier. Ganz vereinfacht dargestellt. Da seht ihr schon Shield 100%, Amore 100%, Structure 100%. Es gibt auch das Structure Tanking. Ich will euch das nicht vorenthalten, das gibt es auch. Aber nur in ganz seltenen Ausnahmefällen. Und deswegen schiebe ich es außen vor. Das ist eher schon so ein bisschen spezialisiertes Wissen. Wir beschäftigen uns mehr mit den Standardsachen. Kann man nachgoogeln, funktioniert. Das gibt es auch, aber nur in ganz wenigen Schiffen und eher als Ausnahme. Ihr habt ja hier die drei Ringe. Der äußerste Ring ist euer Schild, der mittlere Ring ist euer Amor und der untere Ring ist eure Hülle. Und die beiden äußeren Ringe, also Shield oder Amor, gibt es jetzt jeweils als Möglichkeit zu tanken. Also sprich, um das Wort Tanking mal zu erklären, Schaden zu nehmen. Oder Schaden zu absorbieren, sag ich mal. Weil Schaden nehmen tut er ja so oder so. So, was sind jetzt die einzelnen Vor- oder Nachteile? Ein Vorteil vom Shield Tank haben wir gerade schon genannt. Auch das passive. Also das hier ist zum Beispiel ein passives Shield Tanking Schiff. Wenn ich mal hier reingucke. Ich habe nichts, womit ich aktiv Einfluss darauf nehmen kann, wie viel Schild ich habe. Ich habe hier einen Shield Extender. Das heißt, er erweitert mein Schild. Mein Gesamtschild, was mir zur Verfügung steht. Aber es ist immer noch passiv. Aber, wenn ich jetzt angegriffen werde, mein halbes Schild ist weg. Und danach bin ich aus dem Kampf raus. Dann regeneriert sich mein Schild. Wenn ich einen passiven Armour Tank habe, dann passiert mir das nicht, sondern ich muss irgendwo an der Station mich reparieren oder mich tethern oder irgendwas anderes nutzen. Weil die Panzerung, also der mittlere Ring, Armour sich nicht selbst regeneriert, sondern nur der äußere Ring. Jetzt kommen die nächsten Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Also, wir haben gesagt, passiv oder aktiv. Wenn ich einen passiven Tank nutze, dann möchte ich natürlich möglichst meine Resistenzen hochbekommen. Wir können uns das hier im Fittingfenster angucken. Wenn ich einen Shield Tank habe, dann möchte ich meine Shield Resistenzen möglichst hoch haben. Wenn ich meinen Armour Tank habe, die Armour Resistenzen. Und ich möchte natürlich auch möglichst viel sogenannten Buffer Tank haben. Buffer, also auf Deutsch übersetzt einfach Puffer. Das heißt, wenn ich 10.000 HP habe und du machst 100 HP Schaden pro Sekunde auf mich, dann dauert das länger, als wenn ich 1.000 HP habe. Ganz einfache Mathematik. Also kann ich länger überleben, länger im Feld bleiben und deinem Schaden länger standhalten. Bei Passiv Tank ist also mein Ziel, möglichst viel Puffer zu bekommen und möglichst hohe Resistenzen zu bekommen. Was passiert jetzt, wenn ich ein Aktiv Tank werde? Aktiv Tank werde ich, indem ich mir Module einbaue, die mir ermöglichen, drauf zu klicken, Cap zu verbrauchen und dafür Schild oder Armour zu bekommen. Je nachdem, was ich bin. Nachteil, offensichtlich verbraucht Cap. Vorteil, offensichtlich, vor allem bei Armour Tank, ich kann meine Panzerung selbstständig wieder reparieren, ohne dass ich darauf angewiesen bin, irgendwo anzudocken oder zu tethern. Was möchte ich erreichen, wenn ich aktiver Tank bin? Dann möchte ich natürlich, dass meine Reparaturrate möglichst hoch ist und mein Buffer zumindest so hoch ist, also mein Puffer zumindest so hoch ist, dass ich den einen oder anderen Schuss überleben kann. Also es bringt mir nichts, wenn ich 50.000 HP pro Sekunde reparieren kann, wenn ich nach dem ersten Schuss tot bin. Das nennt man dann, man alphat jemanden weg. Also Alpha-Schaden ist der Schaden, den ich mit einem Schuss mache. Hier Alpha-Strike. Und wenn ich dich mit einem Schuss zerstören kann, dann ist mein Alpha-Schaden größer als dein Buffer und damit bist du tot. Boom. Egal wie viel du reparieren kannst. Das will man natürlich auch nicht. Das heißt, mein Puffer muss so hoch sein, dass ich in der Lage bin, genug Schaden einzustecken, um nicht sofort zu sterben. Aber mein Hauptfokus liegt darauf, dass ich möglichst viel reparieren kann. Das wird vor allem im PvP ganz gerne benutzt, bei den Amar-PvP-Schiffen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt mal schnell was zum Simulieren zur Verfügung habe. Das hier dürfte ein Buffer-Tank sein. Genau, hier sehen wir das. Das ist ein Armor-Buffer-Tank. Wir haben hier Rolltangsten-Compact-Plates. Das sind die Plates, die meinen Buffer erhöhen. Und wir haben Nano-Plating, das heißt, die erhöhen meine Resistenzen. Und so sehen wir schon da 15,4%. Wobei sich das nicht direkt übersetzt. Je höher meine Resistenzen schon sind, desto weniger wirken sich diese Platings aus. Es ist schade, dass ich jetzt nicht auf die Schnelle mal eben einen aktiven Armor-Tank habe. Das hier ist noch so ein bisschen so ein Sonderfall. Das ist ein Signature- oder Speed-Tanking-Schiff. Der hat, wie ihr seht, überhaupt gar keine Panzerung in irgendeiner Form, sondern der hat nur Module, die ihn schneller machen. Hier Overdrive. Die Nano-Fibers machen euer Schiff sogar fragiler. Die entfernen nämlich Hull-Strength, also der ganz innerste Kreis, die Hülle. Aber machen euch ein bisschen schneller und wendiger. Hier ist jetzt gar nichts zur Beschleunigung drin. Aber auf jeden Fall das hier und die beiden Module. Geschwindigkeit. Und damit versucht ihr einfach eine möglichst kleine Signatur zu haben. Und möglichst hohe Geschwindigkeit. Da kommen wir gleich nochmal beim Tracking drauf zurück. Ihr könnt euch das schon mal vormerken. Das hier ist ein Kite-Schiff. Aber ich hätte gerne irgendwas, was... Aktiv repariert. Buffer-Tank und Kiter natürlich. Nein. Nein. Tja, da habe ich alles so gut vorbereitet. Mir alles überlegt und gedacht. Und irgendwas vergesse ich immer. Schade. Alles Kite-Schiffe. Ah, hier. Das ist zwar ein aktiver Shield-Tank, aber ist egal. Das hier ist ein sogenannter Ancillary Shield-Booster. Und damit macht ihr genau das. Da seht ihr das 146 HP Bonus pro drei Sekunden. Das heißt, wenn ihr das Modul, wenn ihr das mit dem Schiff im Weltraum geht, dann das Modul aktiviert, dann kriegt ihr pro drei Sekunden, also pro einem Cycle, der drei Sekunden dauert, 146 HP auf euer Shield-Gut geschrieben. Das Ganze gibt es auch als Armour-Tank. So, wo sind jetzt die Unterschiede, was Fitting angeht? Weil das ist ja am Ende unser Thema. Für alles, was Shield-Tank betrifft, braucht ihr Med-Slot-Module, Medium-Slot. Für alles, was Armour-Tank betrifft, braucht ihr Low-Slot-Module. Das bedeutet, immer wenn ihr beim Shield-Tank seid, dann hampelt ihr mit Tackle und Web und Propulsion und all so Kram und müsst da hadern und gucken. Und immer wenn ihr im Low-Slot-Bereich seid, also beim Armour-Tank, dann müsst ihr euch mit zum Beispiel sowas hier abstimmen, nämlich Modulen, die den Schaden erhöhen. Und auch die Wendigkeit und Geschwindigkeit im Sinne von, was wir gerade gesehen haben, zum Beispiel Nanofibers oder Inertial Stabilizers und so weiter und so fort. Aber hauptsächlich geht es halt hier um solche Ballistik-Control-Systems oder Heatsinks. Die machen alle das Gleiche, sind nur für unterschiedliche Waffensysteme, also die ihren Schaden erhöhen. Jede Art von Tank hat eigentlich ihre eigenen Vor- und Nachteile. Das kriegt man so ein bisschen über Zeit raus, was einem mehr liegt und was nicht. Aber das jetzt alles aufzuzählen, ich finde, man geht dann so ein bisschen vorurteilbehaftet in Kämpfe rein und auch in sein eigenes Schiff rein. Wenn man jetzt sagt, ja, alle Armour-Tank-Schiffe sind langsam, weil ich habe halt hier nicht die Möglichkeit, so viele Geschwindigkeitsmodule einzubauen. Dann denkt man, ja, okay, ich kämpfe jetzt gegen Armour-Tank-Schiffe, das ist sowieso langsamer als ich und bumm, am Ende war es schneller, weil, keine Ahnung, der Typ das auf Schieftank umgebaut hat oder weil er einfach gar keinen Tank eingebaut hat oder, oder, oder. Deswegen würde ich mit den Vorurteilen gar nicht so gehen. Zieht eure eigenen Schlüsse da raus. Wenn ihr mal hier so durchguckt, man kann ja hier ein bisschen rumexperimentieren, einfach mal mit der Hardware, nur auf Low-Slots klicken, dann seht ihr ja schon ungefähr, was hier alles so reinkommt und womit ihr hin und her hampeln müsst. Jetzt müssen wir mal in den Schiffsbaum gehen, weil hier gibt es für jede Art von Tank zwei typische Rassen, und zwar die Armour und die Galente sind die beiden typischen Armour-Tanks, Armour und Galente, also 1 und 3, wenn ihr hier nach der Zahlenreihenfolge geht, oder 0 und 2 für die Programmierer. Ja, das sind die klassischen Armour-Tanks, hier sind die meisten Schiffe wirklich auf Armour spezialisiert und die beiden anderen Fraktionen, überraschenderweise Caldari, also Nummer 2 und 4 oder 1 und 3, Caldari und Minmata sind die typischen Shield-Tank-Rassen, Nationen, Völker, wie auch immer, wobei Minmata hier so ein bisschen heraussticht, weil die überdurchschnittlich viele Schiffe haben, wo auch Armour-Tanking möglich ist, also vielleicht nicht unbedingt vom Spiel vorgesehen, aber die sind so, ich sag mal, die skill-intensivste Rasse, weil viele Schiffe, da kann man einfach beides einbauen, also es funktioniert auch gut, in allen Völkern kann man theoretisch beides benutzen, aber es funktioniert halt einfach in den meisten Schiffen nicht. Es ist von der Effizienz her nicht annähernd so gut, wie wenn man das vorgesehene nutzen würde. Überall gibt es Ausnahmen, aber meh. Soviel erstmal zum Tanking, zu den absoluten Basics. Also wichtig zu wissen für euch, es gibt zwei verschiedene Arten, Armour und Shield. Jede Art ist nochmal unterteilt in Passiv und Aktiv. Jedes von diesen Unterkategorien hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Passiv braucht kein Cap. Dafür kann man sich nicht selbst reparieren. Aktiv kann man selbst reparieren, braucht aber Cap und man braucht trotzdem noch ein bisschen Buffer, um halt Schaden einstecken zu können. Shield-Tanking und Armour-Tanking hat auch beides so seine Vor- und Nachteile, ist aber sehr subjektiv und sehr individuell. Der eine mag es lieber zu sehen, okay, wenn der erste Ring weg ist, dann haue ich ab. Dann habe ich aber noch zwei Ringe zur Verfügung, um das jetzt mal einfach auszudrücken. Der andere mag lieber zu sagen, okay, ich nehme den ersten Ring so ein bisschen, um abzuschätzen, wie viel Schaden der Gegner jetzt bei mir macht und kann dann immer noch relativ früh, noch bevor ich meine eigentliche Panzerung angekratzt habe, entscheiden, okay, ich versuche aus diesem Kampf zu flüchten. Und nutzt da den Vorteil. Ihr seht schon, die Argumentation, die ist unendlich. Da könnt ihr euch auch 100 Jahre mit euren Kumpels drüber streiten. Findet raus, was euch selber am besten liegt. Kommen wir zum, ach halt, eine wichtige Sache noch, weshalb ich das Schiff hier vorhin offen hatte, die Karakal nämlich. Wenn ihr jetzt was simuliert und ihr habt vergessen, was der Vince gerade so erzählt hat, wie, wer, was, Tanking und so weiter, dann nehmt ihr euch einfach hier irgendein Armour-Modul und schmeißt das auf euer Schiff. Wenn es das Falsche ist, dann seht ihr schon, hier oben so ein Ausrufezeichen und da steht jetzt Hum, Armour-Modules fit to a Shield-Ship. Das heißt, das Spiel weiß, okay, dieses Schiff ist eigentlich dazu gedacht, ein Shield-Tank zu sein. Möchtest du das wirklich machen und warnt euch davor. Umgekehrt, wenn ihr ein Armour-Schiff habt und da Shield-Module drauf macht, geht das natürlich genauso gut. Es gibt Schiffe, wo ihr das durchaus wollt. Strathius ist zum Beispiel so ein Schiff, was ihr in beide Richtungen fitten könnt. Hier unter Sisters of Eve, Strathius. Die gibt euch trotzdem eine Warnung raus, wenn ihr Shield-Module einbaut. Genau, also hier beim Armour meckert sie nicht. Wenn ich jetzt hier auf die Med-Slots gehe und dann auf Shield-Booster, dann sagt es hier, oh, Shield-Modul. Aua. Stimmt aber gar nicht. Strathius kann man absolut als Shield-Tank fliegen. Gar kein Problem. Kommen wir zum Tracking. Und jetzt wird es richtig kompliziert und mathematisch. Und der Vince, der ist, in Mathe, musste der immer raus. Also der ist immer rausgeflogen und da musste ich von außen die Türklinke festhalten. Kennt ihr das noch? Nein, war nur Spaß, aber ist nicht so mein Lieblingsfach. Jetzt habe ich hier natürlich ein Raketenschiff. Voll meh. Aber ist egal. Ich erkläre euch das theoretisch oder ich versuche es zumindest. Wir haben also ein beliebiges Schiff, was mit einem Waffensystem des Typs Turm ausgestattet ist. Was ist ein Waffensystem des Typs Turm? Das sehen wir hier, wenn wir auf Turrets und Base gehen und das mal alles komplett zumachen. Dann haben wir hier die Precursor lasse ich mal raus. Das sind die Turrets, die zu den neuen, wie heißen die, Triglavian Fregatten und Schiffen allgemein. Triglavian Schiffen gehören. Die funktionieren auch wie ein ganz normaler Turm. Ich erwähne die jetzt nur nicht. Was haben wir hier? Genauso wie Bomben, die lasse ich auch raus, weil das eher so eine Nischenwaffe ist. Die funktionieren aber theoretisch genauso wie die Raketen, nur dass sie geradeaus fliegen. Also Schnur geradeaus. Aber wir haben grundsätzlich Energy Turrets, Hybrid Turrets, Projectile Turrets. Das sind unsere drei, ich sag mal, gängigsten Arten von Türmen. Zusätzlich haben wir dann alle Raketensysteme, zu denen wir gleich kommen und Drohnen als Waffensysteme. Aber wie gesagt, die beiden machen wir gleich extra. Jetzt geht's nur um Türme. Energy, Hybrid, Projectile. Aufgrund des Amarschiffs, was wir jetzt gerade ausgewählt haben, gehen wir mit Energy. Und die grundlegende Ordnung, sag ich mal, ist immer gleich. Ihr habt alle Türme unterteilt in Fernkampfwaffen und Nahkampfwaffen. Wenn wir die hier aufmachen. Hier sind die Nahkampfwaffen allerdings oben. Also oben, unten kann sich unterscheiden. Aber grundsätzlich, wenn ihr die Kategorie aufmacht, habt ihr einmal Nahkampf, einmal Fernkampf, einmal Fernkampf, einmal Nahkampf. Das gleiche gilt auch für die Projectiles. Artillery ist Fernkampf, Auto Cannons, Nahkampf. So. Und wir nehmen uns auch gleich mal einen von jeder Sorte. Macht man nicht. Normalerweise bitte immer die gleichen Waffen verwenden. Aber ich will euch ja was zeigen. Habe ich jetzt einen Tag 1 oder 2? Tag 1. Okay. Also habe ich hier praktisch Dual Light Beam Laser, Dual Light Pulse Laser. Ich habe also wirklich versucht, möglichst die exakt identische Waffe zu nehmen. Jetzt nehmen wir auch noch hier so ein Kristall. Also die Munition von den Amars sind diese Kristalle, der gleich ist. Das heißt, wir haben jetzt zwei verschiedene Waffen eingebaut. Einmal die Fern- und einmal die Nahkampfvariante mit identischer Munition. Von den Stats sehen wir jetzt Beam. Wir erinnern uns, war die Fernkampfwaffe. Optimal Range 6000 Meter. Falloff Range 8000 Meter. Was ist das jetzt? Optimal Range ist die Reichweite, in der ihr auf ein stehendes Ziel, wenn ihr selber steht, also zwei Schiffe stehen im Weltall, auf 6616 Meter, also ein Meter weniger. Und ihr steht beide. Jetzt aktivierst du deine Laser und du machst mit fast jedem Schuss vollen Schaden beim Gegner. Volle Pulle. Du bist innerhalb von deiner optimal Range. Das heißt, deine Reichweite sagt dir, okay, ich kann vollen Schaden machen. Ihr seid beide mit 0 Meter pro Sekunde unterwegs. Also steht beide. Das heißt, auch das Tracking sagt, okay, kein Problem, voller Schaden. So. Bist du jetzt zwischen 6617 und 8817 Meter, dann bist du in deiner sogenannten Falloff Range. Das heißt, mit jedem Meter wird dein Schaden weiter reduziert. Wie das genau mathematisch funktioniert, guckt bei UniWiki nach, wenn ihr das wirklich wissen wollt. Wichtig ist nur zu wissen, je näher ihr an eure Falloff Range drankommt, desto weiter wird der Schaden reduziert. Und das Ganze ist, glaube ich, sogar exponentiell. Das heißt, bei 6800 Meter merkt man noch nicht so wirklich einen Unterschied. Bei 7900 Meter, also kurz vor der Grenze, oder sagen wir mal 8200 Meter, da ist schon so gut wie gar kein Schaden mehr zu sehen. Seid ihr jetzt über 8900 Meter grob gerundet, also außerhalb eurer Falloff Range, macht ihr keinen Schaden mehr. Da steht nur noch, je Pulslaser mist, äh, Beamlaser. Your Beamlaser mist, Your Beamlaser mist, Your Beamlaser mist, Ende. Null Schaden. Damage per Second sollte sich selbst erklären. Das ist der Schaden, den ihr pro Sekunde macht. Darunter Damage Caused, 26 Elektro, also EM und 15 Thermal, also Thermal. Jetzt könnte man ja sagen, äh, warte mal, ähm, 26, 15, das sind 41. 41 ist aber viel höher als 12,8. Der Unterschied da besteht darin, Damage per Second, Schaden pro Sekunde. Damit ist ja nicht gesagt, dass eure Waffen jede Sekunde schießen. Seht ihr daran, wenn ihr 41 Schaden pro Schuss macht, dann schießt ihr was irgendwie alle dreieinhalb Sekunden oder so. Ne, also nicht verwechseln. Damage per Second ist runtergebrochen auf jede Sekunde. Wie viel Schaden macht ihr? Und Damage Caused, das ist euer Alpha Schaden. Den findet ihr da rechts, wo ich es gerade schon mal drauf gezeigt habe, auch nochmal wieder. Jetzt wird's spannend. Turret Tracking, 134,55. Was heißt das jetzt? Dazu müssen wir gleich wieder abdocken. Wir vergleichen erstmal, also Tracking kurz im Hinterkopf behalten. Wir vergleichen erstmal kurz Langwaffe und Kurzdistanzwaffe. Wenn wir hier nämlich jetzt mal rüber gehen, sehen wir, okay, Falloff Range, Optimal Range wesentlich geringer. Jetzt, der Unterschied ist noch nicht so riesig, aber wenn ihr in die Tech-2-Waffen, in die größeren Waffen geht, wird der Unterschied extrem. Damage per Second ist ziemlich das gleiche, ne, ein bisschen weniger, 12,6. Aber Schaden pro Schuss ist deutlich geringer. Das heißt, wir schießen schneller, wir haben eine höhere Kadenz. Und Turret Tracking, 314,81, ist fast doppelt so hoch, sogar mehr als doppelt so hoch. Und damit sollten wir wohl abdocken, denn ich möchte euch das gerne näher erklären. Ihr seht schon links neben dem Turret Tracking, dieses Symbol von dem Turm, der sich bewegt. Das vielleicht mal kurz im Hinterkopf behalten, vielleicht ist das dann leichter vorzustellen, weil es ist echt nicht leicht zu erklären. Ich habe gerade leider keinen Partner. Ich habe immer irgendwie ganz schlechte Erfahrungen gemacht, wenn ich mit anderen Leuten zusammen aufnehme, weil dann das Feedback von der Community in den Kommentaren meistens nicht so gut ist. Aber wir probieren es mal hier mit unserem riesigen Schiff und der Station. Habe ich irgendwas Kleineres hier, was ich orbiten kann? Oh ja, warte mal. Welche ist denn die nächste jetzt? So, wir haben jetzt sogar einen Turm, der auf uns sozusagen schießen möchte. Also wenn der auf uns schießt, bin ich gleich tot, aber wir stellen uns das einfach mal vor. Hier, die Galente Sentry Gun ist jetzt unser Ziel des Tages sozusagen. Ich schalte die mal auf. Ich schalte die mal nicht auf, aber ich füge die mal kurz zu. Habe ich hier noch testmäßig? Nee, habe ich nicht. Add to Overview. So. Das ist scheiße, dass ich keine Angular Velocity sehen kann. Weil die zu sagen, die hat keine, wäre falsch, weil die hat ja welche. Schade. Also eigentlich sieht man das hier in der Overview, wenn man die Angular Velocity anschaltet, ganz gut. Und ich habe für mich, ohne Mathematik zu sein, rausgefunden, dass es ganz gut funktioniert, wenn ich mein Tracking, scheiße, jetzt habe ich keine Waffen, die tracken können, mein Tracking, die Kommastelle verschiebe nach links und zwar auf, keine Ahnung. Also, wenn ich einen Beamlaser habe mit 130 Tracking, so wie wir den gerade hatten. Wenn ich dann hier bei Angular Velocity 0,013 stehen habe, dann treffe ich den noch wunderbar. Oder war es 0,013? Nee, 0,013 bei Angular Velocity. Dann können wir noch wunderbar treffen. Also das passt so ungefähr, ist aber nicht ganz mathematisch korrekt, weil das zwei Sachen sind, die völlig verschieden berechnet werden. Yves ist an der Stelle wieder sehr kompliziert. Aber wenn ihr euch das so als Faustregel so ein bisschen im Hinterkopf habt, 131 0,013, äh, 3,1, dann seid ihr so ungefähr, passt das so. Das ist so die Grenze, die ihr erreichen könnt. Hier seht ihr das auch, 0,3, ne, mit der Angular Velocity. Also 0,0 und dann praktisch eure Hunderterzahl. Wenn seine Velocity höher ist, also wo er jetzt gerade bei 0,3 war, hätte ich ihn nicht mehr getroffen. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Wenn wir uns das mal von oben angucken hier. Ich orbite jetzt um diese Sentry Gun. Das heißt, stellt euch mal vor, ihr sitzt auf dieser Sentry Gun oder ihr steht da oben drauf. Da ist oben so eine Plattform, wo ihr stehen könnt und euch immer im Kreis drehen könnt. Jetzt versucht ihr die ganze Zeit auf mein Schiff zu gucken. Das heißt, ihr müsst euch die ganze Zeit im Kreis drehen. Mein Schiff fliegt jetzt mit 900 Meter pro Sekunde, knapp. Und ihr müsst euch hier, seht ihr ja, schon ziemlich schnell im Kreis drehen, ne. Wenn ich jetzt das auf 15 Kilometer erhöhe, anstatt 1000 bzw. 2500, was ich gerade haben wollte, und meine Geschwindigkeit auf 900 begrenze. Also gerade haben wir ziemlich zügig die Runden gemacht, ne. Das habt ihr selber gesehen. So, ich versuche mal hier die 900 zu halten. Dann seht ihr, wenn ich jetzt die Sentry Gun wieder ins Bild bringe, das dauert wesentlich länger, ne. Das heißt, wenn ihr jetzt da drauf stehen würdet, auf dieser Sentry Gun und euch mit mir im Kreis drehen würdet, also so, dass ihr mich immer weiter seht, hättet ihr jetzt viel mehr Zeit, euch zu drehen, ne. Also gerade wäre ich schwindelig geworden. Ihr seht ja hier, wir haben ungefähr wieder die gleiche Geschwindigkeit. Gerade wäre ich schwindelig geworden. Und jetzt kann man das ziemlich entspannt machen, ne. Kann man nur eine Cola trinken nebenbei, gar kein Problem. Ich gehe mal wieder näher ran, dann seht ihr das. Hier wieder 1000 Meter. Merkt euch ungefähr, wie schnell das jetzt war, wie lange das gedauert hat. Ist auch ganz logisch, denn die Strecke, die ich zurücklege, ist ja viel größer. Also, wenn ich einen größeren Kreis fliege, dann lege ich mehr Strecke zurück, um euch einmal zu umkreisen, als wenn ich einen ganz engen Kreis fliege. Was hat das jetzt mit unserem Tracking zu tun? Je näher ein Gegner an euch dran ist, bei gleicher Geschwindigkeit, desto schwerer wird es für euch, den Gegner auch zu tracken. Habt ihr jetzt Waffen mit einem schlechten Tracking, so wie die Beamlaser zum Beispiel. Ihr habt noch im Kopf, Beamlaser, lange Distanz, 130. Pulslaser, kurze Distanz, über 300. Wie die Beamlaser zum Beispiel. Dann kriegt ihr eben genau das Problem, ihr trefft die irgendwann nicht mehr. Das heißt, wenn ihr euch das jetzt mal vor eurem inneren Auge vorstellt, die Kanone von diesem Turm versucht jetzt immer mich anzuzielen, aber die ist immer hinter mir. So, die schießt jetzt, bumm, 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 aber die trifft mich nie, weil die vom Tracking her, und dann wird das halt immer langsamer, weil die versucht zwar hier irgendwie hinter mir her zu kommen, aber die schafft das von der Geschwindigkeit ja nicht. Das heißt, die Distanz hier zwischen uns wird immer größer. Und irgendwann ist sie dann wieder sozusagen hier und wartet hier auf mich, und dann kann sie ja zurücktracken, das ist ja kein Problem. Dann macht sie wieder einmal bumm, und dann versucht sie wieder, mir hinterher zu kommen, aber klappt nicht. Und genau so funktionieren diese Kiting-Schiffe. Die Slicer, die ich euch vorhin gezeigt habe, ist praktisch ein Speed- oder Signature-Tank, wie ich gerade schon gesagt habe. Das heißt, ihr habt eine ganz, ganz kleine Signatur. Ein Schiff in EVE ist ja mathematisch nur ein Ball und keine Form in irgendeiner Form. Der Ball kann unterschiedlich groß sein, das ist eure Signatur. Die seht ihr im Fitting-Fenster hier. Signature-Radius, wenn ich zum Beispiel meinen MWD jetzt ausmache, dann wird der kleiner. Zack. Wenn der Cycle durch ist, kurz auf die Zahl achten hier, 524 steht jetzt. Und Blob, 91. Zack, weil der Micro-Warp-Drive erhöht den Massiv. Es gibt ein paar Schiffe, die Boni da drauf haben, nämlich alle diese ganzen super schnellen Kiting-Schiffe. So wie die Condor. Können wir im Schiffsbaum nochmal kurz nachgucken, ob ich auch keinen Mist erzähle. Caldari. Condor. Reduction in Propulsion Jamming. Nein. Das ist falsch. Irgendwer kriegt den Signatur-Bonus. Ach komm, wir nehmen Interceptor, da weiß ich, dass es funktioniert. Hier. Bei den Tech 2, ich glaube, ich habe auch einen Tech 1 Shift mal gesehen. Also hat der Vince doch Blödsinn erzählt mit der Condor. Aber hier ist jetzt ein gutes Beispiel dafür. Das funktioniert auch. 15% pro Level Interceptor. 15% Reduction Micro-Warp-Drive-Signature-Radius-Penalty. Das heißt, habt ihr volles Level, habt ihr, was sind das, 30, 60, 75% Reduktion. Das heißt, euer Signatur-Radius wird nur noch um 25% erhöht, wenn ihr ein MWD anschaltet. Beim Afterburner wird der gar nicht erhöht. Bei keinem Schiff. Da muss man also auch immer ein bisschen abwägen. Also der Signature-Tank versucht jetzt praktisch einen möglichst kleinen Ball selber darzustellen. Möglichst kleines Ziel. Und dabei dann noch möglichst schnell zu sein, dass die Waffen praktisch, weil die sozusagen, die zittern halt auch noch ein bisschen, während die auf euch zielen. Und wenn ihr jetzt ein kleiner Ball seid und die Waffen zittern die ganze Zeit, bumm, 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 dann seid ihr immer noch schwerer zu treffen. Und dann tracken die auch noch und dann sind die irgendwo hier, während ihr da rumfliegt und alles ist easy und ihr kriegt gar keinen Schaden. So ungefähr funktioniert das Ganze. Das mit dem Tracking sollte man auf jeden Fall ausprobieren. Vor allem, wenn man neue Waffensysteme und Schiffe selber baut, weil ihr könnt ein Schiff haben, was auf dem Papier noch so gut und super hyper geil ist. Wenn ihr mit dem Tracking nicht hinterherkommt, macht ihr keinen Schaden bei keinem Ziel. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb ich immer sage, dass kein Schiff besser ist als das andere. Weil wir haben noch ungefähr die Zahlen im Kopf, von gerade die Beam-Laser-Geschichte. 130 ungefähr war Beam und ungefähr 300 war Puls. So jetzt gehen wir mal hier wieder rein. Beam-Laser-Medium, eine Nummer größer und nehmen hier auch mal den Einser. Attribute. Steht denn hier das Tracking? 12,096. Aua. Direkter Vergleich hier, zack. Info. Wo steht es hier jetzt? Oh, ich hasse das hier in dieser Tabelle irgendwas zu finden, ne? Da ist es. 117. Von 117 auf 12. Jetzt machen wir uns mal einen Spaß. Gucken wir mal hier. Show-Info. Tracking. 1,75. Das heißt, jede Stufe größer bin ich ungefähr bei 1 Zehntel. So jetzt ganz piemall daumen auf schnell. Wie wollt ihr bitte mit 1,75 irgendwie so ein kleines Schiff treffen? Das geht nicht. Also es geht ja, wenn der gerade auf euch zufliegt, weil dann braucht ihr nicht tracken. Dann sind wir wieder bei dem Kreis, ne? Wenn jetzt hier der Turm, der Zitterturm jetzt hier so auf mich versucht zu zittern, dann kann er mich nicht treffen. Okay, aber wenn ich jetzt sage, scheiße, ich muss hier weg. Und jetzt flüchte ich in die Richtung. Jetzt noch nicht. Ich habe immer noch ein bisschen Angular Velocity zu ihm. Aber sobald ich auf meinem Kurs bin, fliege ich fast eine komplett gerade Linie von ihm weg. Und jetzt kann selbst der langsamste Tracker mich wieder mit vollem Schaden erwischen, ne? Und dann habe ich natürlich ein Problem, weil diese riesen Kanonen machen natürlich auch riesen Schaden. Und dann bin ich so ein kleines, fragiles Kiteschiff und bin sofort tot. Da gilt es also ein bisschen drauf aufzupassen. Wir gehen mal wieder im engen Orbit hier um die Station, während ich weiterquassle. Denn jetzt kommen die Raketen. Und für die Raketen würde ich vorschlagen, dass wir ein bisschen malen. Weil die haben nämlich kein Tracking. Wir packen uns mal ein paar Stats zusammen. Ich habe hier zufällig Raketen auf meinem Schiff. Was haben wir hier? Maximum Flight Range, die errechnet sich tatsächlich aus eurer Munition und dem Waffensystem. Und ich würde auch mit dieser automatisch errechneten Range gehen, wobei die mathematisch nicht immer ganz korrekt ist. Es kann sein, dass ihr einen Kilometer weniger habt, also 13 Kilometer. Das ergibt sich aber aus der mathematischen Formel, weil die gerundet wird aufgrund der Server-Ticks. Jetzt, ihr merkt schon, wir gehen sehr, sehr ins Detail. Das lassen wir sein. Wie gesagt, im Zweifel nachzulesen. Für jeden, den das Detailwissen auch noch interessiert, das Zusatzwissen auch noch interessiert. Eve Uni. Verweise ich immer ganz gerne drauf, weil die Jungs haben wirklich detaillierte Berechnungen mit allen Formeln absolut ausführlich erklärt und so weiter. Wenn ihr jetzt nur mal kurz ein bisschen, ich sag mal, oberflächliches Wissen mit ab und zu mal ein bisschen eintauchen und schnorcheln haben wollt, so dass ihr die Waffen anwenden könnt, Anwenderwissen sozusagen, dann glaube ich, reicht das, wenn wir mit der maximalen Flight Range arbeiten. Damage per Second, DPS, erklärt sich auch wieder von alleine. Hier bei den Raketen haben wir den Vorteil, wir können uns mit unserer Munition den Schadens-Typ auswählen. Jetzt gerade seht ihr, ist geladen, kinetische Munition, die macht nur Kinetik-Schaden. Als Munition habe ich aber grundsätzlich jeden Schaden, jede Schadensart zur Verfügung. Kein Problem. Wenn ich jetzt kein Tracking habe, sind meine Raketen doch eigentlich total Overkill, weil dann kann ich ja riesige Raketen nehmen und kann mit diesen riesigen Raketen auf ganz kleine Schiffe schießen und treffe die jedes Mal, weil ich habe ja kein Tracking, oder? Könnte man jetzt sagen, weil es ist ja kein Tracking da, steht ja nichts. Ja, richtig, aber wir gehen mal hier aus so einer Rakete. So. Jetzt haben wir hier die maximale Flugzeit und die maximale Geschwindigkeit. Daraus errechnet man die maximale Reichweite. Logisch, ne? Fliegt 2250 Meter pro Sekunde für zwei Sekunden. Das heißt, das Ding hier würde jetzt fliegen 4500 Meter. Irgendwie offensichtlich. Hier war es jetzt auch ganz leicht zu errechnen, zu meinem Glück. Aber so funktioniert das Ganze. Wenn ich die Raketen jetzt reinladen würde, würden wir das sehen. Aber die beiden Zahlen, die sind interessant für uns. Unsere Rakete hat nämlich einen Explosionsradius und eine Explosionsgeschwindigkeit. Und dazu gehen wir jetzt malen. Den ganzen Kram hier machen wir mal kurz weg. Brauchen wir nicht mehr. Ups. Okay. Farbeimer und Weiß. So. Und jetzt brauchen wir Kreise. Und zwar... Wo waren denn hier die vollen Kreise? Die haben diese scheiß Programme umgebaut. Ach ne, das ist gar kein Kreis. Holzkopf. So, Kreis und zwar voll. So. Das ist jetzt unser super kleines Schiff hier. Und das ist unser großes Raketenschiff. Ist nicht ganz so rund, aber passt einigermaßen. Äh, ne, warte mal. Das kann ruhig schwarz bleiben. Und jetzt brauchen wir eine Rakete, ne? Jetzt schießen wir hier auf den. Bumm. Und genau in dem Moment, wo jetzt meine Rakete hier einschlägt, bei dem Schiff, exakt in diesem Moment ist meine Rakete hier. Und die explodiert jetzt. Und jetzt kommen die beiden interessanten Punkte. Und zwar hatten wir Explosionsradius und Explosionsvelocity. Aber, ich darf ja nicht vergessen, mein Schiff hier bewegt sich auch. Jetzt haben wir einen Explosionsradius von, äh, 300 Metern. Sieht man, oder? Dass es 300 Meter sind, passt. Perfekt. Das Schiff und meine Explosionen sind exakt auf der gleichen Position. Auch wenn das hier nicht aussieht, das ist eine optische Täuschung. Das kommt von dem epischen Winkel. Äh. Das heißt, um jetzt diesen Kreis hier komplett auszufüllen, 300 Meter Radius, ne? Das heißt, das ist hier, äh, für alle, die mathematisch genauso geschickt sind wie ich, der Radius ist genau diese Strecke hier. Zack. Das sind also 300 Meter, der gelbe Strich. Und, unser, äh, unsere Rakete schafft 100 Meter pro Sekunde als Explosionsvelocity. Das macht, äh, 3 Sekunden, bis der Kreis komplett ausgefüllt ist. Ne? Das breitet sich hier gleichmäßig in alle Richtungen aus. Was ist aber jetzt, wenn mein Schiff 300 Meter pro Sekunde fliegt? Weil ich ein relativ schnelles Schiff habe. Dann bin ich hier innerhalb von einer Sekunde und die Explosion ist immer noch ungefähr hier bei einem Drittel oder so vom Kreis. Das heißt, ich kriege wieder keinen Schaden. Bumm. Oh. Ich kriege vielleicht ein ganz klein bisschen Schaden so vom Anfang, wo so ein bisschen was mitgekommen ist, ne? Und das Spiel behandelt das einfach mathematisch und rechnet das gegen und sagt, okay, wie lange braucht ihr, um aus dem Kreis hier rauszukommen? Gut. Wie lange braucht ihr die Explosion, um hinter euch herzukommen? Das heißt, um wirklich vollen Schaden zu kriegen, müsstet ihr praktisch die Zahlen hier vertauschen. Also ihr habt 300 Meter pro Sekunde Explosionsschaden, äh, Explosionsvelocity, also Geschwindigkeit und euer Schiff ist nur 100 Meter pro Sekunde schnell. Das würde dann bedeuten, ja, ich brauche drei Sekunden, um hier rauszukommen, aber innerhalb von einer Sekunde ist die ganze Explosion erledigt. Selbst dann kriegt ihr nicht mehr vollen Schaden, weil ihr ja so ein bisschen vom Epizentrum, also vom Zentrum der Explosion weg seid. Aber dann kriegt ihr zumindest, was weiß ich, 90, 95, 80 Prozent Schaden. Auch hier für genaue Formel, äh, EVE-Uni nachlesen, aber als grobes Anwenderwissen hoffentlich verständlich erklärt. Das heißt, in dem Moment, wo eine Rakete euch trifft, befindet ihr euch hier in der Mitte, dann explodiert die und ihr müsst halt praktisch eure eigene Geschwindigkeit vergleichen mit der Explosionsgeschwindigkeit und dem Explosionsradius von dieser Rakete. Soviel zum Thema Waffensystem, Rakete. Nächstes Waffensystem, was wir noch haben, sind Drohnen. Drohnenstärke könnt ihr hier unten sehen, ihr könnt ja auch in euren Drohnenhanger was rein simulieren. Hauen wir mal schnell ein Drohnenschiff hier für uns, Moment. Äh, Chiptree, bitte geben Drohnenschiff, Amar. Geben Amar Drohnenschiff, nehmen Dragoon. So, simulieren. Okay, und dann können wir hier ein paar Drohnen rein donnern. Nein, äh, wo sind sie? Combat Drones. Hätte man auch drauf kommen können, ne? So, hier, Ecolight 2, gib ihm. Jetzt haben wir eine Ecolight 2 Drohne hier drin. Könnt ihr da draufklicken, könnt ihr gucken. Äh, bropp. Jetzt habe ich 15 Drohnen, aber ich kann nur 5 fliegen, weil der Skill Drones erlaubt euch pro Skill Level eine Drohne zu fliegen und das ist der einzige Skill. Das heißt, mathematisch, 1, 2, 3, wir können alle Skills nur bis 5 leveln. Eine Drohne pro Level macht 5 Drohnen total, ne? Es gibt keinen Spieler in EVE, der mehr als 5 Drohnen starten kann. Glaubt mir, es ist so. Also außer vielleicht irgendeiner von den Admins, das weiß ich nicht. Ein regulärer Spieler, 5 Drohnen, dann ist Schluss. Welche Drohnen ihr starten könnt, hängt davon ab, was euer Schiff kann. Dafür braucht ihr hier die Bandbreite. Also, eine kleine Drohne braucht 5, eine mittlere Drohne braucht 10. Eine mittlere Drohne braucht 10, das sag ich doch. Und das deckt sich meistens auch, oder deckt sich eigentlich immer auch, mit dem Volumen von den Drohnen. Also, wie viel ihr hier in euren Kofferraum steckt. Und eine große braucht 25. 25. Und deckt sich mit dem Volumen von 25. Das heißt, wenn ihr hier 25 zur Verfügung habt, könnt ihr 5 kleine starten oder 2 mittlere. Oder eine große. Kein Problem, könnt ihr euch aussuchen. Die Drohnen funktionieren wie ein Turm, der auf einem Schiff montiert ist. Also praktisch wie so ein kleiner Kiter, der für euch fliegt. Was heißt das jetzt? Jede Drohne hat ein Tracking, jede Drohne hat eine optimale Reichweite, jede Drohne hat eine Falloff-Reichweite und jede Drohne hat eine Geschwindigkeit. Und zwar sogar 2 Geschwindigkeiten, weil die Drohnen können nämlich auch warpen. Die einzige Ausnahme, Sentry-Drohnen. Die warpen nirgendwo hin, die schmeißt ihr nur raus und dann stehen die da und schießen. Deswegen habt ihr auch extrem schlechtes Tracking und einen sehr hohen Schaden. Aber zählen zu den sehr schweren Drohnen. Könnt ihr dann rum experimentieren, nachdem ihr 2-3 Monate Drohnen geskillt habt. Wir bleiben mal bei den leichten und mittleren Drohnen. Und hier seht ihr jetzt immer 4 Stück. Fällt auf, oder? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eine Drohne für jede Rasse. Jeweils Stufe 1 und 2. Und auch eine Drohne für jeden Schaden. Echo Light ist die Armah Drohne, die dürfte EM-Schaden machen. Das seht ihr hier ganz unten. EM-Schaden, genau. Die Hop-Goblin ist die Galente Drohne, die macht Zermel, jawohl. Die Hornet ist die Kaldari Drohne und macht Genetik-Schaden. Und die Warrior ist die Minmata Drohne und macht Explos-Schaden. Auch von der Geschwindigkeit unterscheiden die sich. Wobei Hop die Langsamste ist, Echo die zweitlangsamste, Hornet und die Warrior ist die Schnellste. Bei dem Medium, das ist übrigens, bleibt bei den Rassen gleich. Also, was ist das hier? Galente ist immer die Langsamste, Amar immer die zweitlangsamste, Kaldari immer die drittlangsamste und Minmata immer die Schnellste. Und die Schadensart bleibt auch gleich. Weil, wenn ihr jetzt mal hier guckt, in einer anderen Größe, ich glaube, ich muss gleich niesen, habt ihr zwar andere Namen, aber der Hintergrund... Nee, doch... Entschuldigung. Jetzt habe ich es aber hinter mir. Der Hintergrund verrät euch, galente Drohne und wir können mal überprüfen, Thermalschaden, ja, kommt hin. Wir könnten jetzt auch die Geschwindigkeiten vergleichen, ist die Langsamste. Wie verhält sich das jetzt mit dem Schaden? Je langsamer ihr werdet, desto mehr Schaden machen die Drohnen, desto schlechter wird aber auch das Tracking. Können wir hier sehen? Turret Tracking 0,696. Jetzt müssen wir natürlich in der gleichen Größe bleiben. Nehmen wir mal als Gegenvergleich hier die Minmata. Das war dann jetzt die Langsamste und die Schnellste. Turret Tracking... Hier. 1,044, also deutlich höher. Und damit müsst ihr auch bei den Drohnen eine Entscheidung treffen, was nehme ich mit. Eine schnelle Drohne, die gutes Tracking hat, aber wenig aushält, weil das kommt auch noch dazu. Je langsamer, desto mehr halten die Drohnen auch aus. Also eine schnelle, fragile, sozusagen eine Kiteshift Drohne mit gutem Tracking und dann entsprechend halt Explosionsschaden oder eine super langsame Drohne mit Thermalschaden, aber die ordentlich Punch hat und ordentlich ein bisschen was aushält. Verhältnismäßig natürlich für eine Drohne. Was gibt es sonst zum Waffensystem? Drohnen zu sagen. Ihr habt natürlich zusätzlich immer was zu managen, so ein bisschen, weil ihr habt so ein kleines Zusatzfenster, so ein Drohnenfenster und da müsst ihr dann halt die Drohnen rausschmeißen. Eure Drohnen können angegriffen und beschädigt werden. Dann müsst ihr die Drohnen eventuell wieder zurückholen in euer Schiff, durch andere ersetzen oder ihr wartet, bis sie zerstört sind und schmeißt dann einfach eine andere Drohne raus, je nachdem, wie eure Kampfstrategie ist. Vorteil liegt ganz klar auf der Hand. Eure Drohnen brauchen offensichtlich keinen Cap, also keinen Strom von eurem Schiff und können somit unabhängig von eurem Schiff kontrolliert werden. Ihr selber habt nicht die Tracking-Probleme, das heißt, wenn ihr Drohnen mit einem guten Tracking habt, ist das scheißegal, wie ihr selber euer Schiff bewegt. Die Drohnen treffen trotzdem. Es kann euch bei einem Kiteschiff, zum Beispiel bei der Slicer, die wir vorhin gesehen haben, dadurch, dass sie mit Beam-Waffen ausgestattet ist, durchaus auch passieren, dass ihr euch selber austrackt. Das heißt, ihr orbitet ein Ziel, was so langsam ist, dass ihr so eine hohe Angular-Velocity aufbaut mit eurer eigenen Geschwindigkeit, dass ihr selber durch euch das Schiff nicht mehr treffen könnt. Kann passieren. So was passiert euch zum Beispiel mit Drohnen nicht und dementsprechend hat auch das Waffensystem Drohne im Verhältnis zu den anderen Waffensystemen seine Vor- und Nachteile. Ist natürlich ärgerlich, vor allem die Drohnen werden irgendwann auch nicht unbedingt billiger. Wenn wir hier reingucken, wenn ihr jetzt schwere Drohnen, oder nehmen wir mal nur Medium-Drohnen, die reichen schon, so eine Medium-Welkaja 2, kostet hier in der Umgebung kein Geld, weil es keine gibt. Doch, eine Million. Hört sich jetzt erstmal nicht viel an, aber wenn ihr einen längeren Kampf habt, oder noch schlimmer, gehen wir mal nicht von PvP aus, weil da geht es ja meistens um euer Schiff, also um viel höheren Wert. Gehen wir mal von PvE aus, ihr fliegt jetzt ein paar Missionen und wollt ein bisschen Geld verdienen und die scheiß NPCs knallen ständig eure Drohnen ab. Wenn ihr 500.000 für eine Mission verdient und unterwegs irgendwie 2 Millionen in Drohnen verloren habt, also nur 2 Stück, das geht relativ schnell, dann ärgert ihr euch. Also da muss man so ein bisschen abwägen. Aber auch hier natürlich Vorteil auf der Hand, ganz klar, ihr könnt die Schadensart bestimmen, ihr könnt bestimmen, wie schnell und so weiter die Drohnen sind und ihr könnt so ein bisschen passiver selber spielen. Teilweise auch mit Range Extendern so weit weg vom Gegner sein, dass die euch noch nicht mal aufschalten können. Also ihr schaltet die Gegner auf, schickt die Drohnen drauf, aber die, nicht nur, dass die nicht auf euch schießen können, weil ihr außer Reichweite seid, sondern die können euch gar nicht aufschalten. Also ihr seht hier noch nicht mein gelbes Kästchen um euer Schiff. Und jetzt kommen wir endlich zum letzten Thema. Ich glaube, das Video war auch verdammt lang, ich merke es am Hals. Obwohl geht, noch nicht mal eine Stunde. Das war schnell erklärt, Vince. Hast du gut gemacht. Für Yves ist das schon echt kurz. Achso, genau. Wir wollten was finden. Dafür docke ich mal kurz wieder an. Jetzt habt ihr ungefähr eine Idee davon, wie ihr darauf kommt, wo ihr euer Schiff einsetzen wollt. Wie ihr euer Schiff einsetzen wollt. Was ihr damit vorhabt. Dann wisst ihr anhand eurer eigenen Skills, was für Waffen habe ich geskillt, was für Schiffsrassen habe ich geskillt, bla bla bla. Ungefähr schon in welche Richtung ihr wollt. Aus der Spezialisierung heraus, was ich euch im Skillbaum beigebracht habe, dass ihr hier anhand der Spezialisierung sehen könnt, wofür die Schiffe geeignet sind. Könnt ihr schon mal sehen, okay, was kann ich mit dem Schiff machen. So, jetzt habt ihr euer Schiff gefunden. Genau für euren Einsatzzweck. Egal, ob das jetzt Mining, PVP, PVE, Missionen, Sachen klauen, was weiß ich. Egal was. Ihr habt euer Schiff gefunden. In meinem Fall ist das jetzt hier so eine Condor. Weil, weiß ich nicht, ich will im Lowseck mit meiner T1 Fregatte, muss aber billig sein und möchte ein Kiteschiff haben, also möglichst schnell. Und hier Propulsion Jamming, das heißt, ich kriege noch Activation Cost Reduktion auf Warp Scrambler und den ganzen Kram. So, jetzt simuliert ihr die Condor. Und jetzt steht ihr hier von einem komplett leeren Schiff. Was ihr jetzt machen könnt, ist so ähnlich wie Ninja Salvaging, nur funktioniert außerhalb von EVE. Ihr wechselt den Tab auf Firefox. Nein, ich möchte jetzt nicht euch supporten. Und geht auf diese Website. Die Website heißt zkillboard.com, also der Buchstabe z und dann killboard.com. Hier oben steht es auch. Es ist durchgeschrieben. Hier steht es nochmal. Und hier könnt ihr nach Kills suchen. Ihr seht hier so ein Live-Ticker. Das sind so Sachen, die gerade live im Weltall abgeschossen werden in EVE. Da hat irgendeiner seine Heron verloren im Nullseck, der arme Junge. Und seine Kapsel auch noch. Ne, ist ein Wurmlauch. Ist gar kein Nullseck. So. Und hier könnt ihr aber nicht nur nach Leuten suchen, sondern auch nach Schiffen. Condor. Und dieses Symbol kommt uns irgendwie bekannt vor. Das haben wir nämlich gerade ingame gesehen. Jetzt können wir hier mal gucken. Okay, die Condor hat irgendwas getötet. Das sieht ziemlich groß aus. Das war aber auch eine Flotte. Die Condor wurde verloren, wurde verloren. Bla 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 bla. Alles uninteressant. Wir gehen hier auf Top. Und dann könnt ihr euch selber entscheiden, ob ihr monatlich, also sehr aktuell, oder all time gehen wollt. Ich nehme jetzt mal all time. Also das ist halt alle Zeit. Und schon habt ihr hier eine Liste. Beziehungsweise drei Listen. Das sind alles Top 100, glaube ich. Oh ne, die geht sogar noch weiter. Was ist das hier? Ja, hier ist Top 100, 100, 100. Und dann haben wir hier noch Top Factions und was weiß ich. Systeme. Keine Ahnung. Brauchen wir alles nicht. Mich interessiert die Liste hier links. Das sind nämlich die Top Charaktere. All time. Also die besten Piloten. Nach Kills. Allerdings nur nach Kills. Mit der Condor. Aller Zeit. Jetzt könnt ihr hier den ersten nehmen. Oder den zweiten, oder den dritten, oder den zehnten. Ist egal. Mit den beiden Dudes hier habe ich schon mal zusammen gespielt. Das heißt, ich nehme mir den Corvus, weil der ein cooler Typ ist. Und guck jetzt mal hier. Der hat Sachen getötet, getötet, verloren, getötet, bla bla. Hier hat er eine Condor verloren. Das ist jetzt ein bisschen glücklich, dass die hier auf der ersten Seite direkt ist. Es kann durchaus passieren, dass ihr das Schiff nicht auf der ersten Seite findet, weil der Pilot zum Beispiel das Schiff gar nicht mehr fliegt oder so. Dann könnt ihr hier einfach auf Losses klicken. Dann seht ihr nur noch, was der Kerl verloren hat. Und da ist das Schiff dann natürlich entsprechend wesentlich weiter oben. Und hier seht ihr schon Condor, Condor, Merlin, Bla, Kram, Condor, Bla, Kram, Condor, Condor, Condor. Das heißt, der Typ fliegt das Ding auch noch ziemlich aktuell. Und der ist im Low-Sack unterwegs. Das heißt, in der gleichen Gegend, wo wir auch hinwollen mit unserem Schiff. Hier, Condor, Condor, Condor. Das spricht schon mal für einen ähnlichen oder gleichen Verwendungszweck, wie wir ihn haben. Und jetzt könnt ihr einfach mal hier draufklicken. Und dann seht ihr, Papa, das Fitting, was er verloren hat. Der Typ muss ja irgendwie schon mal sich ein paar Gedanken dazu gemacht haben, weil irgendwie hat er ja 1600 Kills mit der Condor gekriegt. Das heißt, die Condor, die er fliegt, kann so schlecht nicht sein. Und dann gucken wir hier nochmal kurz so ein bisschen. Ja, ist okay. Ist auch relativ günstig. Kostet unter 10 Millionen. Kann man alles bezahlen. Hier steht nochmal auf, was er im Kofferraum hatte. Bisschen unterschiedliche Munitionen. Laber, Rhabarber. Und dann drücken wir hier einfach auf Export. In-Game-Link. Bam. Dann kopieren wir uns das Ganze. Schließen das wieder. Gehen zurück ins Spiel. Jetzt müssen wir hier noch einen kleinen Zwischenschritt machen. Und zwar findet ihr hier unter Utilities das Notepad. Könnte man fast behaupten, ich hätte das schon mal vorbereitet. Drückt einfach STRG-V. Also neue Notiz. Hier unten könnt ihr eine neue Notiz machen. Und dann STRG-V. Dann klickt ihr da drauf. Und schon seht ihr den Kill. Hier steht jetzt ungefähr 10 Millionen. Aber selbst das ist kein Problem. Ganze Gang haben sie gebraucht, um den armen kleinen Corby zu töten. Aber hier können wir jetzt einfach auf Simulieren drücken. Und schon haben wir unsere vollständige Condor. Jetzt sagt er uns, oh oh, CPU überladen. Das kann sein, dass der Implantate nutzt. Oder dass meine Skills einfach nicht gut sind. Es könnte jetzt auch passieren, zum Beispiel, dass euch gesagt wird, hey Pilot, du hast noch gar nicht Skills für den Light Missile Launcher 2. Was ihr dann machen könnt, also angenommen ihr hättet jetzt tatsächlich keine Skills, um den Tag 2 Missile Launcher zu benutzen, ist hier auf Info drücken. Und dann bei den Variationen entsprechend Tag 1 und dann das unterste oder das zweite von unten zu benutzen. Was willst du? Hi. Kümmer ich mich gleich drum. Ähm. Was wollte ich jetzt sagen? Achso. Hier könnt ihr nach dem Meta Level schauen. Wo war jetzt die Info? Achso. Ja genau. Ich habe hier auf Info gedrückt. Also wir waren vorher hier. Ich habe nur den Unterschied nicht gesehen, weil der so gering ist. Info. Und dann könnt ihr hier unter Attribute das Meta Level finden. Hier. Meta Level 1. Das ist komisch. Müsste eigentlich höher sein. Show Info. 1. Okay. Dann brauchen wir mal kurz was anderes. Warp Disruptor. Nehmen wir den so lange. Zack. Variations. Achso. Ne. Hier. Meta Level 5. Ne. Das ist ganz normal Standard eigentlich für Tag 2. Wenn ihr jetzt hier drauf geht, dann müsste der 4 sein. Meta Level 1. What the fuck? Okay. Es funktionierte mal. Also diese Variationen waren mal Level, Meta Level 4. Es ist trotzdem. Also. Im Prinzip gibt es das Codewort Compact bei den ganzen Modulen. Das heißt, es braucht besonders wenig Fitting Platz. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier den Warp Disruptor 2 ersetze durch einen Compact Warp Disruptor, dann passt das hier mit dem CPU ohne Probleme. Enduring ist, braucht ein bisschen mehr als Compact, aber hat dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Reichweite oder sowas. Der hat jetzt 20 Kilometer. Der Enduring wird vielleicht 22 oder sowas haben. Auch 20. Okay. Hat auch nicht funktioniert. Gut. Super vorbereitet heute. Aber vielleicht braucht er dann weniger Cap oder so. Der hat andere Vorteile. Ihr könnt die sonst auch noch hier, wenn ihr auf Compare drückt, da stehen einfach alle drin. Zack. Hier ist Compact und Enduring zufällig untereinander. Dann können wir mal gucken. Hier. Activation Cost. Compact und Enduring. Compact hat wesentlich höherer Cap-Verbrauch als Enduring. Seht ihr hier. Cap-Verbrauch 16, Cap-Verbrauch 25. Das wäre schon der erste Unterschied. Der erste Vorteil vom Enduring sozusagen. Müsst ihr dann sehen, wie das bei euch ins Shift passt. Wie gesagt, falls ihr da skilltechnisch oder CPU oder Power-Grid-technisch auf solche Probleme trefft. Einfach ein bisschen umbauen. Möglichst nah an dem ursprünglichen Fitting bleiben. Und dann, mein Gott, 10 Millionen, 10 Stück in Jita kaufen und ausprobieren. So kommt ihr an euer Fitting dran. Also, ich bedanke mich natürlich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe sehr, dass ihr was gelernt habt. Dass die Zusammenfassung gut war. Ich weiß, an manchen Punkten war ich ziemlich zügig. Man muss eventuell mal zurückspulen und sich das Ganze zweimal anhören, bevor es logisch wird. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich das alles verständlich erklären konnte. Dass ich mit meinem Schnorchel tief genug geschnorchelt habe, um euch glücklich zu machen. Um eure Wissbegier zu befriedigen. Aber immer noch oberflächlich genug geblieben bin, dass wir nirgendwo, an keiner Stelle irgendwie untergegangen und ersoffen sind. Vor zu viel Information. Das Video war sehr, 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 sehr vollgepackt und informationsdicht. Insofern bin ich euch auch nicht böse, wenn ihr das in zwei, drei Teilen anguckt. Also grundsätzlich könnte man es ganz gut unterteilen in Tanking, Tracking und dann die einzelnen Waffensysteme und dann einzeln nochmal das Killboard. Aber ich habe gedacht, ich mache das jetzt alles zusammen. Das hat auch noch einen Grund, denn ich glaube, ich werde mich erstmal wieder ein bisschen von EVE distanzieren und erstmal keine EVE-Tutorials mehr machen. Zumindest vorläufig nicht, weil dieses Thema ist jetzt abgeschlossen und ich habe im Moment keinen Bock auf EVE. Ich habe jetzt die Tage zwei Schiffe verloren, die mir am Herzen lagen, weil ich einfach keine Fights finde und einfach nur noch reinrenne in total blöde Fights. Also naja, ich will euch jetzt in einem Tutorial nicht damit nerven, aber jedenfalls eine Situation, wo ich vorher wusste, dass ich verliere, aber einfach aus Frust und Langeweile bin ich trotzdem reingegangen und habe natürlich offensichtlich auch verloren. Aber gut, so ist das. EVE ist halt ein riesiges Steinschere-Papier-Prinzip und ja, ob ich das immer so unterstütze, weiß ich nicht. Was noch interessant wird für euch zu wissen, wären die drei Angriffsdistanzen, Kiting, Scram-Kiting und Brawling. Ich füge die mal als extra hinten an noch, für alle die, die geduldig geblieben sind und eigentlich, wo ich gesagt habe schon, ja jetzt das war's und blablabla, dann machen ja die meisten aus. Aber jetzt nochmal Geheiminformationen hier für euch. Das hier wäre jetzt ein Kite-Schiff. Kiting heißt alles, was so ganz knapp in der Reichweite von einem Warp-Disruptor ist. Der Tech-2 hat 24 Kilometer, deswegen nicht wundern, wenn ich jetzt von 24 Kilometern rede. Also so irgendwas um die 20 Kilometer, dass ihr auf jeden Fall außerhalb der Reichweite von einem Scrambler seid, weil es gibt ja noch das Ding, also nicht Warp-Disruptor, sondern Warp-Scambler. Der Vorteil an dem Scrambler ist, also der Nachteil ist offensichtlich nur 9000 Meter Reichweite, 9 Kilometer. Aber der Vorteil ist, er schaltet halt auch ein MWD aus. Unser Kite-Schiff hat aber ein MWD. Das heißt, wir wollen auf keinen Fall gescrambled werden. Und auch ein Web, also das Mit-Slot-Item, was uns langsamer machen kann, hat 10 Kilometer Reichweite. Das ist also sozusagen die Scram-Range, die nennt sich so, ist ungefähr 10 Kilometer. Manche Schiffe kriegen auch Boni, dann wird das erhöht, 11, 12, 13 Kilometer. Da wollen wir auf jeden Fall wegbleiben. Wir müssen aber natürlich auch innerhalb der Reichweite unseres Warp-Disruptors bleiben, weil wir müssen das Ziel ja tacklen, also an Ort und Stelle halten. Das heißt, wir als Kiter bewegen uns in einer Reichweite zwischen, ich sag mal ganz vorsichtig, 18 Kilometer, wenn wir gar keine Skills und Tag 1 benutzen müssen, und 22 Kilometer, wenn es gut läuft. Der Scram-Kiter bewegt sich knapp unter, auch ganz knapp in der Reichweite von seinem Scrambler, also 9 Kilometer von einem Tag 2. Und dann ganz knapp drunter, so 8, 7, 7.500, 8 Kilometer ist seine optimale Reichweite. Und der Brawler möchte 0 Meter, Orbit 500 und rein. Dementsprechend sind halt auch die Waffensysteme angepasst. Brawler offensichtlich brauchen super hohes Tracking, möglichst viel DPS und 0 Meter Reichweite. Also die meisten Brawler-Schiffe sind wie so eine Merlin oder so. Vielleicht habe ich hier noch irgendwo eine, kann ich schnell simulieren, schaffe ich vielleicht. Merlin, 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 Merlin. Das ist hier. Ach, das ist eine Hookbill, Mann. Hier ist die Merlin. So hier, das ist hier so eine Blaster, Merlin. Habe ich Munition dafür? Ja, habe ich. Die hat eine Reichweite von 660 Meter optimal. Also Brawler-Schiff ist wirklich Orbit 500 und dann, oder Keep at Range 0 und einfach dranbleiben. So nah wie möglich. Hohes Tracking. Das Ding hat ein Tracking von über 500. Und einfach so viel Schaden wie möglich. Scram-Kiten ist dann halt wirklich versuchen, den Kiter zu fangen und den Brawler von sich wegzuhalten. Und den Scrambler und das Web zu benutzen, um außerhalb der Brawler-Reichweite zu bleiben. Aber dann immer noch die Möglichkeit haben, den Kiter zu fangen. Mit einem Scram-Kiter kann ich bei einem Kiteschiff auch Orbit 500 machen, weil der kann mich eh nicht mehr treffen aufgrund seines schlechten Trackings. Und weil sein MWD deaktiviert ist, ist er innerhalb von ein paar Sekunden tot. Deswegen so ein bisschen Steinschere-Papier-Prinzip. Hat dann auch noch was mit dem Tracking zu tun und bla bla bla. Aber nur, dass ihr die drei Distanzen mal gehört habt. Das werden euch viele Leute fragen, wenn ihr irgendwo in den Korb kommt. Was für eine Distanz möchtest du kämpfen? Oder die geben dir ein Schiff und sagen, hier, das ist ein Brawler, das ist ein Kiter, das ist ein Scram-Kiter. Das gleiche gibt es auch bei anderen Größen. Da variieren so ein bisschen die Distanzen, aber nicht wesentlich. Wichtig ist, Brawling 0 Meter, Scram-Kiting 7 bis 8000 Meter, Kiting 18 bis 22 Kilometer für Fregatten ungefähr. Bei größeren Schiffen etwas mehr. Wobei die Tackle-Module haben halt keine Reichweite mehr. Das heißt, wenn ihr jetzt mit einem Cruiser unterwegs seid, dann ist eure Kite-Distanz eventuell wesentlich höher. Aber ihr seid darauf angewiesen, dass irgendeiner mit einer Fregatte kommt und für euch tacklet. Weil eure Mutgule keine Reichweite haben, aber eure Waffen und so weiter und so fort. Also, das nochmal als kleiner Zusatz für die fleißigen Zuhörer, die bis zum Ende dabei bleiben. Ich muss jetzt rausfinden, was dieser Kerl da in einem Chat von mir will. Ich kenne den gar nicht. Mal gucken, vielleicht ist es ja einer von meinen Zuschauern, aber dann wird der unwahrscheinlich auf Englisch schreiben. Vielleicht will er mich nur in seine Korb einladen. Ich bin ganz neugierig und gespannt. Und ich bin der Vince. Tschüssi!